Hallo! Ich wollte heute mal den nur-ein-Wort-Tag machen. Eigentlich finde ich den total doof, aber jetzt habe ich schon einige geguckt und dachte mir, weil diejenigen, die das gemacht haben, die haben wirklich die Antworten spontan gegeben und ich weiß die Fragen auch gar nicht mehr und deswegen habe ich jetzt den Tag aufgerufen, wo die Fragen sind und ja, dann werde ich die mal beantworten. Erste Frage. Wo ist dein Handy? Film. Dein Partner? Arbeit. Deine Haare? Wuschig. Deine Mama? Beste. Dein Papa? Arschloch. Dein Lieblingsgegenstand? Handy. Dein Traum von letzter Nacht? Nichts. Dein Lieblingsgetränk? Kaffee. Dein Traumauto? Mustang. Der Raum, in dem du dich befindest? Wohnzimmer. Dein Ex? Ex. Deine Angst? Krankheiten. Was möchtest du in 10 Jahren sein? Reich. Mit wem verbrachtest du den gestrigen Abend? Mann. Was bist du nicht? Groß. Das Letzte, was du getan hast? Nägel. Nägel. Ich habe die Farbe gerade nicht hier. Ähm. Was trägst du? Klamotten? Dein Lieblingsbuch? Thriller. Das Letzte, was du gegessen hast? Omelette. Dein Leben? Mittelmäßig. Deine Stimmung? Neutral. Deine Freunde? Besten. Äh. Woran denkst du gerade? Nichts. Ähm. Was machst du gerade? Video. Dein Sommer? Mittelmäßig. Was läuft in deinem TV? X-Diaries. X-Diaries. Ähm. Wann hast du das letzte Mal gelacht? Heute. Das letzte Mal geweint? Weiß nicht. Schu... Schule? Vergangenheit. Ähm. Was hörst du gerade? Nichts. Liebste Wochenendbeschäftigung? Ähm. Serien. Traumshop? 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 Was ist ein Traumshop? Kaffee. Also dazu muss ich jetzt sagen, ich hab schon immer, also schon jahrelang immer so einen Gedanken, so ein eigenes kleines Kaffee zu führen. So ein richtig cooles, jetzt nicht so 0815, sondern so richtig gemütlich, mit Chillout-Ecke und, ähm, auch nicht groß. Und da, also, das wär schon ganz cool, aber heutzutage sowas selbstständig zu machen, ist immer so ne Sache. Dein Computer? YouTube. Außerhalb deines Fensters? Regen. Ähm. Bier? Jo. Mexikanisches Essen? Geht. Winter? Nein. Oh, nein. Religion? Katholisch. Urlaub? Urlaubsreif. Auf deinem Bett? Bettzeug. Liebe? Schön. Ja, das wären so die 41 Fragen. Und, ja, ich würde gerne taggen. Jetzt kommt's. Nina Pinchy. Dann Debbie, äh, Bella Lühr. Belle, Belle. Äh, Jenny G193. Wär ganz cool. Und, wer noch? Ja, und alle, die sich noch getaggt fühlen, die können sich mal taggen, können ruhig mitmachen. Und dann, ja, war's jetzt von mir. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.